Ich heiße Hanna Liffers, Lena Hox, Franzis Niehoff, Matthias Heinrich. Ich habe irgendwie eine Berufung tatsächlich so empfunden. Weil ich festgestellt habe, dass der Glaube in meinem Leben total wichtig ist und dass er mir hilft und dass es Gott wirklich gibt. Und das finde ich total schön und dieses Geschenk möchte ich gerne mit anderen teilen. Ich glaube, ich könnte keinen Beruf besser ausüben. Echte Neugier am Menschen und was die umtreibt, aber vor allen Dingen auch den Wunsch, Kirche mitzugestalten und definitiv zu verändern. Ich bin ein Familienmensch, ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit meinen Geschwistern, mit meinen Nichten, mit meinem Mann, mit meinen Eltern und auch mit Freundinnen und Freunden. Ja, ich spiele sehr gerne Tischtennis, auch im Verein und manchmal auch für die Mannschaft. Ich lese sehr gerne historische Romane vor allen Dingen und Krimis. Ich schaue tatsächlich sehr, sehr gerne Serien und gehe gerne zu Pilates und mache sehr viel Musik. Ich lese und zeichne sehr gerne.